Herzlich willkommen zum Tag 8 von 40 meiner veganen Rohkost-Yoga-Challenge. Ich habe ja heute mit euch eine ganze Menge Rezepte direkt bei Instagram geteilt. Falls ihr die Rezepte immer direkt sehen wollt, dann abonniert mich unbedingt bei Instagram. Ich schaffe es nicht alles immer in die Videos einzubauen, manchmal vergesse ich das auch. Aber heute versuche ich sie auf jeden Fall noch hinten dran zu packen. Wie geht es mir jetzt nach der ersten Woche? Ich kann nur so sagen, mir geht es sehr gut, ich bin sehr energiegeladen, ich habe sehr viel Freude. Meine Arbeit macht mir Spaß, grundlos sogar, das heißt meine normale Standardarbeit, die ich so zu erledigen habe, wie zum Beispiel Papierkram machen, Steuererklärung und so weiter, das geht mir tatsächlich viel leichter von der Hand. Ich bin viel klarer und strukturierter auf dem Kopf, habe wunderbare neue Ideen auch für dies und das, für meine Hobbys, meine Freizeit, meine Urlaube und so weiter. Also das ist natürlich ein tolles Ergebnis von der Rohkost oder vielleicht auch vom Yoga. Jetzt hatte ich ja in meinem Video von gestern schon angekündigt, dass ich in dieser Woche etwas mehr über das Thema Yoga und Meditation erzählen möchte. Heute ist ja Vollmond, das heißt wenn du das Video siehst und ich habe es geschafft rechtzeitig hochzuladen, hast du vielleicht sogar noch die Chance. Denn meine Süße und ich, wir machen heute Abend Vollmond-Yoga und wir werden auch in den nächsten Tagen, wenn der Mond noch relativ hell und voll ist, auf unserer Dachterrasse das Vollmond-Yoga machen. Das Gefährliche, was ich für mich herausgefunden habe beim Yoga am Abend, ist die Tendenz das Yoga zu skippen, weil man noch so viele andere Sachen zu erledigen hat, dass man dann irgendwann feststellt, jetzt bin ich total ausgepowert, jetzt bin ich total ausgebrannt, jetzt habe ich keine Lust mehr auf Yoga, jetzt will ich einfach nur noch rumsitzen, auf der Couch sitzen oder ganz schnell mein Abendbrot essen und dann meine Ruhe haben. Was ich festgestellt habe, wenn man sich dann trotzdem motiviert, ich kenne das nämlich, das Thema abends Yoga zu machen, was ich festgestellt habe, ist der Fakt, dass wenn ich das Yoga dann dennoch mache, dann geht es mir nicht nur viel besser auch am Abend, ich kriege dann nochmal einen richtigen Energieschub am Abend, einen Kreativitätsschub, sondern ich schlafe auch viel, viel besser, bin viel erholter und brauche weniger Schlaf. Derzeit hatte ich ja schon mal angedeutet, dass ich einfach derzeit ausschlafe. Das ist eine der Säulen der Gesundheit, die ich jetzt seit einiger Zeit auch verfolge, ist tatsächlich einfach meinem Körper den Schlaf zu geben, den er braucht. Ich hatte ja gesagt, ich stelle mir keine Wecker mehr bzw. ich stehe nicht mehr mit dem Wecker auf. Der Wecker klingelt zwar, aber auch da habe ich mal wieder einen Trick, einen Lifehack. In meinem Wecker gehen dann morgens einfach Affirmationen los, die mich sozusagen ganz dezent aus meinem Schlaf rausholen und die laufen dann auch schon mal eine halbe Stunde, manchmal schlafe ich auch wieder dabei ein. Das ist eine wunderbare Sache, um zum Beispiel neue Themen in sein Leben zu integrieren, wenn man jetzt morgens die Zeit hat. Wenn du morgens zu einer bestimmten Uhrzeit zum Beispiel aufstehen musst, weil du zum Beispiel einen Termin bei der Arbeit hast, dann kann ich dir empfehlen, einfach zwei Wecker zu stellen. Die Smartphones heute haben ja die Möglichkeit, dass wir da jede MP3 reinladen können, die wir wollen. Dann stellst du dir deinen ersten Wecker und falls du dann wieder einschläfst, stellst du dir einfach später nochmal einen Wecker. Also da musst du mal ein bisschen schauen, wie du das machst, dass du dann auf jeden Fall wach wirst, falls du nach deinen Affirmationen wieder einschläfst. So, zum Yoga nochmal eine kurze Sache. Was macht das Yoga eigentlich mit uns, wenn wir das so regelmäßig machen? Yoga ist ja am Anfang ziemlich herausfordernd, was die Muskeln angeht. Wenn man das täglich macht, kann man davon ausgehen, dass die Muskeln sehr wahrscheinlich auch wachsen werden. Jetzt ist es aber so, das sieht man auch bei den Ladies, die tatsächlich sehr, sehr weit fortgeschritten sind im Yoga, wenn die ganz normal entspannt lässig dastehen, sieht man denen das nicht an. Die sehen jetzt also nicht aus wie Hulk. Das heißt, wenn ihr anfangt mit dem Yoga und ihr ernährt euch gesund und ihr habt nicht allzu viel Stress und ihr raucht nicht, also im Prinzip, ihr führt ein gesundes Leben, dann werdet ihr einen wunderbaren Körpertonus bekommen und man sieht euch das aber nicht an. Ihr seht dann nicht aus wie ein Pumpernickel aus einem Fitnessstudio. Also ihr werdet dann keine, wie nennt man das, Amazonen mit Schwimmerkreuz. Da kann ich euch schon mal die Angst nehmen. Ihr werdet mit Sicherheit ein bisschen stabiler. Eure Körperhaltung wird auf jeden Fall sich korrigieren. Nach und nach, da Yoga sehr viel auch für die Rückenmuskulatur macht. Aber es wird nicht so sein, dass man euch auf 10 Meter Entfernung ansieht, dass ihr irgendwelche krassen Kraftübungen macht. Für die Männer ist es jetzt so, das Yoga, das dient ja dazu unter anderem auch geschmeidig und flexibel zu sein. Nicht nur im Körper, sondern auch im Geist, ja auch im Emotionalkörper. Für uns Männer ist es so, wenn wir Muskeln aufbauen wollen, ist es sehr wahrscheinlich, dass wir eventuell noch ein paar andere Sportarten integrieren müssen. Da ich selbst auch noch nicht 40 Tage am Stück Yoga gemacht habe, kann ich dazu aber noch nicht viel sagen. Was ich aber machen werde, ist, am Ende der 40 Tage werde ich einfach mal Resümee ziehen. Vielleicht fange ich jetzt noch mal an, ein kleines Logbuch zu führen, wie viele Minuten ich am Tag tatsächlich dann trainiert habe, beziehungsweise Yoga praktiziert habe. Zum Thema Meditation. Warum ist Meditation tatsächlich so wichtig für uns? In der Meditation lernen wir unseren Energiekörper zu reinigen. Die einfachste Form unseren Energiekörper zu beschreiben ist eben das fünfte Element. Wir kennen ja aus der Magie oder auch aus der Alchemie die Elemente Feuer, Wasser, Erde, Luft. Und das fünfte Element, die Quintessenz aus diesen vier Elementen, ist dann eben der Ether oder der Äther oder eben auch der Akasha-Leib oder eben auch, wenn wir es mal übersetzen wollen, der Geistkörper beziehungsweise der Liebeskörper. Geist und Liebe kann man ja ein Gleichheitszeichen dazwischen setzen. Und während wir meditieren, ist es eben ganz wichtig, dass dieser Körper gereinigt wird. Wie dieser Körper genau aufgebaut ist, dafür gibt es verschiedene Modelle, die sich teilweise ähneln, aber auch immer wieder voneinander abweichen. Mit welchen Modellen ich bevorzugt arbeite, das verrate ich jetzt euch im Laufe der Woche. Und vielleicht verrate ich euch auch Stück für Stück, das ist relativ komplex, welche Meditationswege ich gehe. Denn ich bevorzuge Meditation, wo ich mit sogenannten Landkarten der Seele arbeite. Das habe ich von Alberto Villoldo gelernt. Das ist ein schamanisches Arbeiten. Da hatte ich vor über zehn Jahren seine ganzen Bücher sozusagen verschlungen. Und es ist ziemlich hängen geblieben und hat sich immer wieder bewährt. Das sind die Landkarten der Seele. Und durch diese Landkarten, ja, die nutze ich quasi, um die Seelenreiche aufzusuchen. Sowohl meine eigenen Seelenreiche als auch die Seelenreiche zum Beispiel meiner Wohnung oder das Seelenreiche auch meiner Partnerin oder die Seelenreiche meiner Freunde, Familien, beziehungsweise aber auch Klienten, um von dort eben zu arbeiten. Wie und was genau, das verrate ich euch dann im Laufe dieser Woche. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit den Rohkostrezepten. Morgen geht es dann weiter mit ein paar Rezepten. Heute hatte ich ja eine ganze Menge Gourmet Raw Food gemacht. Da war einmal dieser Raw Broccoli und Raw Mushroom. Alles mariniert und zwei große Bleche Brot. Da freue ich mich schon drauf. Und wir sind den ganzen Tag unterwegs. Wie gesagt, da freue ich mich schon drauf. Das gibt es dann aber erst nach dem Yoga. Bis später. Tschüss. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend und eine schöne Vollmondzeit. Guten Morgen. Heute gibt es mal Juice. Ob es Green Juice ist, weiß ich nicht. Auf jeden Fall. Das sind erstmal die Zutaten. Schritt Nummer 1. Wie genau die jetzt verarbeitet werden, das zeige ich euch gleich im Schritt. Das ist ein Juicer. Das ist ein bisschen schwierig mit einer Hand. Da kommen jetzt die Möhren, der Sellerie und die Gurke erstmal rein. Die anderen Sachen werden anders verarbeitet. Sellerie und Äpfel werden jetzt auch gejuiced. Und zwar so wie sie sind. Da kommen nicht mal die Kerne raus. Das ist einfach immer gut rein. Nicht ganz so viel. So viel Saft haben wir mittlerweile. Der Sellerie. Nächster Arbeitsschritt. Hier mit einer Citruspresse. Das ist auf jeden Fall effektiver, so an den Saft zu kommen. Und den dritten Arbeitsschritt, den zeige ich euch als nächstes. Das wird jetzt erstmal mit der Citruspresse alles ausgepresst. Das ist jetzt der gepresste Citrusjuice. Und das schmeiße ich natürlich nicht weg. Das kommt jetzt hier in den Blender. Und zwar mit zwei Händen. Deswegen lege ich das wundervolle Sende-Handy jetzt erstmal wieder weg. Rohkostjuice. Mittlerweile sind wir bei anderthalb Litern. Da kommen jetzt noch diese Superfoods dran. In diesen Blender und Eiswürfel, damit das lecker wird. Irgendwann bin ich mal auf die Idee gekommen, das einfach nochmal im Blender mit Superfoods zu mixen. Frische, eisgekühlte, doch Green Juice mit umweltfreundlichem Metallstrohhalm. Und hier der Trester aus Möhre-Sellerie. Den Apfel lässt man eventuell weg. Und daraus machen wir jetzt das Brot. Hier ist jetzt der erste Pfladen. Der kommt jetzt in den Dehydrator. Wahrscheinlich nur bis heute Abend. Und dann wird das mein Abendbrot. Und hier aus dem Rest mache ich den zweiten Pfladen. Der kommt dann auch in den Dehydrator. Brot im Dehydrator. Petersilien-Humus ist fertig. Und heute werden wieder Austern-Pilze. Diesmal aber zusammen mit Brokkoli mariniert und zu einem leckeren Abendbrot bzw. für ein morgiges Mittagessen verwandelt. Nächster Arbeitsschritt. Die Marinara ist fertig. Erdnuss, Orange, Tamari, Pfeffer, Salz und ein bisschen Essig. Und dann kippt man das rüber. Dann rührt man das jetzt gleich um. Und dann lässt man das so 10, 15, 20, 30 Minuten stehen. Hier jetzt der marinierte Brokkoli auch auf dem nächsten Sheet. Der kommt jetzt auch in den Dehydrator. Und hier sind jetzt noch die Pilze in der Marinara. Die kommen jetzt auch gleich aus Sheet. Das gibt es heute Abend und morgen und vielleicht sogar immer noch übermorgen. So sieht es dann aus, wenn ein Pilz mariniert ist. Austern-Pilze in der Marinara. Vorhin hatte ich ja schon kurz das Rezept erwähnt. Und die restliche Marinara, da kommen jetzt gleich die nächsten Pilze rein. Mehr hat vorher nicht reingepasst, um weiter zu marinieren. Unser Backofen, unser Dehydrator. Brokkoli, Brote, Pilze. Jetzt wird erstmal wirklich richtig gearbeitet und später geht es dann noch zum Strand, beziehungsweise wird jetzt gleich am Strand gearbeitet. Bis später. Tiefen und entspannter Arbeitsplatz. Wir machen jetzt spät nachts das Vollmond-Yoga. Wer noch mitmachen will, Yoga-Matte rausgeholt, Radinen aufgezogen, beziehungsweise ab in den Garten. Und dann geht's los. Yoga Ahoi. Bis zum nächsten Mal. Ahoi. Bis zum nächsten Mal. grape DVDÇU dressen. Maria. Das war immer noch runter. Wir sind heute wieder bis zum nächsten Mal. Wir sind mit Patreon. Untertitelung des ZDF, 2020